Der Ruhbanker Hof 1555 wurden weitere Häuser gebaut und im Jahr 1775 wurde auch eine Straußwirtschaft genau gegenüber der steinernen Bank fertiggestellt. Das Dorf Ruhbank gehörte seit Gründung zum Amt Lemberg. Das Dorf Ruhbanker Da oben Wenn du so nicht kriegst, ist kein Problem. Jetzt fahren wir gleich direkt drauf zu. Jetzt sitzt du so weg. Jetzt ist es weg. Ich habe... Das Dorf Ruhbanker Das Dorf Ruhbanker Das Dorf Ruhbanker Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.